hallo und herzlich willkommen zurück bei minecraft space astronomy ich bin's der bleck ja und wir müssen hier nochmal drücken so jetzt ist weg wir sind in einer neuen aufnahme in der letzten haben wir ja hier unsere glowstone geschichte fertiggestellt und ja jetzt können wir auch endlich glowstone glas herstellen welches so viel ist von dem was ich habe hier so viel brauche ich gar nicht ich nehme 1 2 3 4 5 da verreckt gerade wieder jeweilig ein skelett wir nehmen mal fünf stücke mit und nehmen mal 5 sand oder sowas sand haben wir so viele 1 2 wo ist es denn 3 1 oder 5 nicht na gut dann müssen wir vielleicht auch mal stein holen bruchstein und bruchstein und bruchstein und bruchstein glas müsste ja auch gehen wir gucken mal glas normales glas ziemlich klares glas nicht normales glas brauchen wir mal kurz das probieren wir halt eben als erstes aber normalerweise müsste sich das ja auch noch mal nach schmelzen lassen wir hatten hier eine regierung vor allem eine legierungsschmelze gebaut mit der wir eventuell nur legierung geht scheinbar nicht okay dann haben wir das eben rein das funktioniert na dann so wir werden erst einmal die kuppel auf dem mond fertig bauen das ist das ziel für heute denn ja im prinzip ich will ja hopp wir gehen mal durch ich will ja meteorik eisen meteorik eisen also ich will meteorisches eisen herstellen und um das zu machen müssen wir natürlich ja uns wahrscheinlich erst mal ein paar meteoriten sammeln das problem ist die fallen nach und nach runter ich sehe jetzt hier ehrlich gesagt noch keine oder nichts großartiges was runtergefallen ist ich nehme mal an dass da der chunk lauter eventuell nicht reicht sondern das halt wirklich ein menschlein hier rumstehen muss das wiederum bedeutet dass wir uns erst mal auf dem mond ein bisschen gemütlich machen um da ein bisschen was heraus zu kriegen vielleicht können wir uns ein bisschen was herstellen noch dass wir so weit herkommen und hast du nicht gesehen und überhaupt aber wie gesagt ziel ist es erst einmal eine energieversorgung danach hier herzustellen sobald die kuppel dicht ist energieversorgung und natürlich auch eine sauerstoff versorgung dass wir nicht auf unsere sauerstofftanks angewiesen sind das ist das ziel deswegen machen wir jetzt auch erst mal das low stone glass damit wir erst mal die kuppel vervollständigen können und dann sehen wir weiter dann haben wir ja hier energieversorgung und sowas alles mit da huch eingehen wollte ich nicht guck mal wie viel haben wir denn mittlerweile ein bisschen erleuchtetes klares ja das nehmen wir gerne mal mit und fangen direkt mal an einmal nach oben wo hat man denn aufgehört hier drüben ist auch im prinzip meiner meiner meinung nach egal welches wir dann nehmen das richtig ja das ist richtig okay welches wieder nehmen denn ja es ist egal welches wieder nehmen genau das wollte ich ja sagen habe ich habe ich das nicht gesagt doch hab ich so zwei noch 1 2 1 2 so und so und den hier wieder weg so dann machen wir oben zu dann hätten wir hier diese seite schon fertig also es ist egal welches glas wir nehmen wir halt ich hatte ja drüben auf der anderen seite normales glas glaube ich genommen aber das ist relativ wumpe wichtig ist dass dicht ist ich glaube das sieht dicht aus die seite ist dicht die seite noch nicht die seite auch noch nicht fangen wir mal mit der hier an 1 2 1 4 5 6 ich hoffe mal dass das auch als dichtteil zählt wenn hier normales glas haben wir noch ganz toll reicht aber auch und wir haben ja unten beleuchtet reicht nicht weil wir müssten ist bei den anderen auch da ne wahrscheinlich ziemlich klares müsste ich umbauen auf ziemlich klares glas habe ich ein schüssel mit ne ja dann lassen wir das normale glas da und holen uns halt direkt nachschub und hüpf beziehungsweise was wir auch machen können wir könnten direkt mal mitnehmen beziehungsweise wir gehen erstmal at galacticraft denn da gab es ja hier irgendwie hier solche genau äh goldenergieleitung ne äh mi kabel ne brauche ich noch nicht glasfaserkabel auch nicht zinnkabel ne bruchstein transportrohr hs kabel goldkabel sauerstoffleitung versiegeltes aluminiumkabel ne doch aluminiumkabel genau das wollte ich erstmal bauen äh und zwar zwei stück also brauchen wir aber erstmal hier das hier eins so und jetzt eins zwei ok dann gucken wir mal wie weit wir damit kommen äh denn ich will ja natürlich ähm aluminiumkabel brauchen wir auch noch ein paar ich will ja natürlich ein bisschen was anschließen und wenn wir die energieversorgung schon mal hinbekommen wäre ja auch nicht schlecht wobei man natürlich auch sagen könnte man könnte ich weiß nicht ob das funktioniert deswegen ähm habe ich es nicht gemacht äh man könnte halt äh ja versuchen die leitung ja nicht so durchzuleiten sondern halt mit enderio enderio warte mal wir brauchen wir laborblöcke haben wir einen genau und wir brauchen äh was brauchte ich denn noch ich brauchte noch irgendwas fragt mich bitte nicht was äh add nein das war es nicht äh 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 ach so na klar ne klar äh leitungsverkleidung leitungsverkleidung äh kurzer hänger entschuldigt bitte leitungsverkleidung verkleidung 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 wo bist du die da äh leitungsverkleidung nicht bemalt was ist das hier verstärkte leitungsverkleidung nicht bemalt egal ich glaube die normale reicht uns da erstmal so machen wir da mal ein Fall so wo habe ich denn den den pinseler hingeschmissen ja meine ordnung metallformer im e-laufwerke klar äh energierezeptor was bist du der kondensator das ist schlimm wenn man nicht weiß wo man seine Sachen hinstellt ich weiß aber dass ich einen hatte hier hatte ich ihn nicht vermutlich hier hinten in der Ecke ne färbemaschine genau äh ok das heißt der laboblock kommt hier rein und die leitungsverkleidung da rein das könnten wir ja alternativ auch probieren allerdings ähm werde ich halt trotzdem erstmal einen so anschließen äh dass wir da ähm lang kommen was wir trotzdem noch mitnehmen können ist ähm ja ziemlich klares Glas oh das geht gar nicht mehr äh weil äh wir bekommen äh nur noch äh dingens raus ne geht nicht ziemlich nah ziemlich klares Glas warum bekamen wir jetzt gerade keinen glowstone wahrscheinlich weil einmal Glas zu viel mit drin war das kann natürlich sein ok ähm er leuchtet das klares Glas ich nehme trotzdem das ziemlich klare mit das müsste eventuell auch gehen ähm weil das sich ja ähm ja umsteckt quasi oder das müsste sich an das normale anschließen so das wollte ich damit gesagt haben äh zunächst einmal wo machen wir die Dinger hin ich würde ja meinen die tüdlü 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 ich komme hier nicht mehr raus ich muss hier oben ran genau ich würde ja meinen ich würde die einfach hier äh eins vielleicht da nochmal eins dann da nochmal eins und dann da nochmal eins äh hinstellen dazu brauchen wir erstmal hier das Ding up und auf der anderen Seite auch up so da machen wir jetzt diese erstmal diese verziegelten Aluminiumdruckleitungen rein ne ähm und zwar so und zwar so äh und setzen jetzt hier oben drauf die Solarmodule so und so und ich gehe von aus dass die Leitung auch nach unten geht bin mir da allerdings nicht sicher schön wie die sich hier ausrichten wobei das ist das jetzt fortgeschritten jetzt das Basis es guckt gar nicht so schön in die Sonne Sauerei aber das Fortgeschrittene das dreht sich halt immer schön zusammen das finde ich toll vielleicht ist das halt der Unterschied das ist möglich möchte ich jetzt nicht äh ausschließen finde ich cool so auf jeden Fall Strom müsste erstmal da sein wir können nochmal drunter gucken ob das auch wirklich der Fall ist ob hier unten auch so ein Anschluss ist das ist ja bei den äh Galacticraft Dingern immer so ein bisschen bäh sieht scheinbar nicht so aus muss ich zugeben weißt du was dann machen wir das anders äh so eb äh so geblieben dankeschön eb so und setzen die Dinger halt da rein so weit so gut ich komme hier ja immer noch nicht rein genau ähm dann haben wir jetzt hier an der Seite hoffentlich irgendwo einen Anschluss zum anschließen da schon mal nicht ich müsste das eigentlich hier hin machen ne ich hoffe mal dass er hier ist äh ansonsten müssen wir das ganze Teil nochmal drehen äh toll wir müssen das ganze Teil nochmal drehen wie ärgerlich so komm mal her ja ja äh ich versuche es mal so rein zu setzen in der Hoffnung dass ja sieht gut aus ok dann setzen wir hier eben diese versiegelte Aluminiumleitung rein so hier drüben kommt dann der Laborblock um das ganze wieder dicht zu machen nicht deaktivieren aktivieren äh deaktivieren gesammelte Energie ok sammelt Energie ja kann es aber auch deaktivieren ist eine tolle Sache äh ist natürlich Blödsinn ökologischer Boost 44% generieren 34 Giga Joule und hier äh 62 ok ähm der Unterschied ist jetzt nicht so groß aber ist da so wir machen dasselbe nochmal hier äh das heißt hier aufbuddeln das Ding auch aufbuddeln äh mitnehmen jawoll huch einmal wieder rauf einmal hier rein wo ist es da haben wir es du kommst da hin und an den Rand kommst du sehr schön und dann haben wir hier unten hoffentlich äh quasi äh einen Energieanschluss der Energie versorgt äh die wir an irgendeiner Seite runterleiten äh ich vermute jetzt erstmal hier entlang so ganz vorsichtig so hallo bist du schon dran? nee so ok so mhm so dann gehst du hier unten in den Boden sozusagen rein äh um äh hier unten unten drunter da werden wir wahrscheinlich auch noch dicht machen müssen mit Laborblöcken oder sowas äh da machen wir die Sauerstoffversorgung hin würde ich sagen ähm ja genau äh die hier hinten muss auch noch verbunden werden das machen wir dann am besten mal so so äh so so äh so so ja eins zwei drei vier ähm ja und ich weiß wir haben ja eigentlich unser ähm Dingensmodul hier ihr wisst schon unser unseren Tesseract äh aber wie gesagt es kann ja immer mal sein dass irgendwie die Verwendung ausfällt oder was auch immer und dass der Tesseract aus diesem Grund äh ja die Verbindung verliert und das soll natürlich nicht passieren ähm wir brauchen dann eine Notstromversorgung dafür ist das hier da so dann könnten wir eigentlich hier so machen so machen genau und machen diese innere Leitung nochmal weg eins zwei so wunderbar damit das hier halbwegs vernünftig aussieht so und natürlich in der Raumstation wie gesagt da geht es auf Effizienz das muss nicht unbedingt schön aussehen deswegen ist es auch durchaus legitim dass hier mal hier ein paar Sachen hin und her gucken ne so okay wir holen uns oder haben wir äh wir haben noch erleuchtet das klares Glas hier unten brauchen wir keins mehr hier hinten brauchen wir keins mehr da brauchen wir keins mehr hier brauchen wir eigentlich auch keins mehr setzen wir es mal hier hin so eins na toll eins zwei drei vier das war ziemlich klares ne ja toll äh dann nehme ich die hier wieder weg ich will ja die gesamte äh dicke Ecke ähm mit erleuchtetem erleuchten das lasse ich erstmal im Inventar und setze das ziemlich klare dann eben erstmal hier drauf so eins zwei drei vier das verbindet sich auch schön mit dem erleuchteten ist ja dasselbe Mod das ist gut so so und so 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 aha aha einmal wieder entfernen so weit so gut nochmal klares nochmal klares nur klares ist wahres hö 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 ähm eins zwei eins drei Okay, jetzt müsste es eigentlich dicht sein. Ich hoffe mal, das funktioniert so. Wir werden übrigens, diese Kuppel wird die einzige sein, die wir wahrscheinlich so aufwendig bauen. Alles andere, später auf der Raumstation und so weiter und so weiter, werde ich grubisch bauen. Das kommen wir ja gar nicht mehr klar. Oder eben, was weiß ich, zylindrisch im Notfall noch. Aber keine obere Kuppel mehr, die so extrem kompliziert ist. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen, sonst würden wir ja ewig bauen. Das würde, naja, ewig und drei Tage würde das dauern. Das muss nicht unbedingt sein. So, wir futtern was. Gehen zurück. Okay, gucken nach klarem Glas. Nehmen Laborblöcke mit. Erleuchtet das klares Glas, genau. Und noch einmal ziemlich klares, ja, da habe ich noch, glaube ich, noch etwas entstecken. Das ist okay. Das normale kann hier rein. Wir benötigen Laborblöcke, genau. Laborblöcke. Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf. Um unten ein bisschen dicht zu machen. Hopp. Okay, einmal nach oben. Dann müssen wir nur gucken, wo war denn das, wo wir dicht machen wollten. Wo habe ich denn das Kabel eigentlich runtergeleitet? Hier. Ja, habe ich gut geleitet. Muss man sagen. Okay. Dann machen wir hier nach unten einfach komplett zu. So. Eins, zwei, drei, vier. Ich nehme jetzt übrigens absichtlich die Lücke, weil, wie gesagt, das untere ist ja nur sozusagen der Rand. Und wenn ich hier ein bisschen doppelt nehme, ist das auch nicht so wild. So, 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 so. Ja. Das können wir dann später innen ausfischeln. Ja. Oder beziehungsweise wir machen es gleich. Nachher vergesse ich das und, äh, muss ja auch nicht sein. Ich lande, bin doch gelandet. Achso, ich bin nicht gelandet. Äh, ich bin schon gelandet, aber hatte, äh, die falsche, äh, Hake sozusagen mit. Na gut. So, jetzt funktioniert es wieder. Wir haben, äh, damit, haben wir, äh, schon die erste Runde fertig. Ne, haben wir noch nicht ganz. Hier hinten müssen wir weitermachen. Laborblock. Eins, zwei. Okay. Drei, vier, fünf. Eins, sieben, acht, neun, zehn. Elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, achtzehn, tausend, zwanzig, hundert. Übrigens, äh, das mit den, ähm, wie heißt es mit den Portalen hier in die, äh, Farming-Welt. Ähm, und dann, äh, quasi weiterzugehen hier über Dingens, das funktioniert nicht ganz. Wenn nämlich, äh, der, die eine Welt, wo, wo die Verbindung mal nicht geladen ist, wie eben der Weltraum, äh, dann habe ich da auch ein Problem, da wieder hinzukommen. Das ist ein bisschen merkwürdig. Sollte es so sein, dass sich das so fortsetzt, wird es halt so sein, dass wir die, äh, Raumstation hier unten machen, dass das, wenn das bei, bei allem nicht so richtig funktioniert. Ähm, weil hier, wie gesagt, hier wurde das, äh, der Chunk immer geladen oder aus irgendeinem Grund wird hier halt immer, ähm, ähm, alles mitgeladen. Aber, ähm, in der Farming-Welt eben irgendwie nicht. Und, äh, wie gesagt, sollte das sich so fortsetzen, dann wird es halt so sein, dass wir wohl doch unsere Hauptbasis einfach auf den Mond setzen, anstatt, äh, ins All. Wobei ich da trotzdem eine vernünftige, ähm, Raumstation haben wollen würde. So. Das Ding hier noch weg. Komm her. Was sagt denn die Dauerstoffversorgung? Ja, wir müssen langsam, aber sicher, äh, dann mal dafür sorgen, äh, dass wir da noch ein bisschen was hinkriegen. Laborblock, Laborblock, Laborblock. Boor, boor, boor. La, 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 boor. Ähm, eins, zwei, drei. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. Noch habe ich ein bisschen was. Den Sauerstoff müssen wir mal im Auge behalten. Aber noch sieht es gut aus. So. So. Und hier unten quasi in die kleine Ecke. Die kann man im Notfall auch noch größer machen. Da soll dann erstmal die Sauerstoffversorgung rein. Zumindest die rudimentäre. Ähm, deswegen haben wir den Strom von oben runtergeleitet. So. Und von oben nach unten ist ja jetzt nicht so viel. So, so, so. So, so, so. Ganz schön viele Blöcke, die wir hier verbasteln. Aber das gehört dazu. Das gehört dazu. So. Äh, wo stehe ich? Wo hänge ich? Da hänge ich. Eins, zwei, drei. Hop, hopp. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Und hopp, hopp. So, wir müssten eigentlich jetzt unten dicht sein. Mehr oder weniger. Wobei unten dicht sein ist nicht so wichtig wie oben dicht sein. Äh, aber, ja, es schadet auch nicht. So. Das können wir auch erstmal dicht machen. Das haben wir ja herausgestellt. Ich gehe mal wieder zum einen Sauerstoff nachfüllen, zum anderen Glowstone oder ein Glas allgemein holen. So, dazu brauche ich erstmal hier. Ähm, nee, erstmal so. So, so. Füllen wir erstmal den, äh, den, äh, den. Großen und wieder nach. Lalalalalala. Ja, dauert noch ein bisschen. Wir können inzwischen, äh, anderes holen. So. Hier hinten müssten wir ja noch normales Glas, ne, ziemlich klares Glas. Ich brauche aber noch ein bisschen Glowstone und fällt mir ein. Deswegen gehen wir nochmal hier rein. Ne, hier rein. Und wieder viel zu viel. Dann gucken wir mal, ob wir vielleicht das ziemlich klare Glas nochmal umschmelzen können. Das wäre ja auch nicht schlecht. Äh, so. Wenn ich jetzt beispielsweise sage, ziemlich klares Glas hier rein. Ja, das funktioniert. Okay. Dann, äh, eins, zwei Glowstone. Äh, klares Glas. Das erleuchtete Hamburg. Wir haben ja schon erleuchtete. Ich bin ein Rindvieh. Hätte ich wahrscheinlich gar nicht zurückgehen brauchen. Aber, nun gut. Wir haben es und wir sind es. So, wir benötigen, äh, den Sauerstofftank und wir benötigen diesen Sauerstofftank. Der muss aber erstmal voll werden. So. So weit, so gut. Was brauchen wir noch? Wir brauchen jede Menge Eichenlaub. Wir brauchen, äh, Sauerstoffkompressoren. Wir brauchen eine Sauerstoffleitung. Äh, wir brauchen einen Sauerstoffverteiler. Äh, müsste richtig sein, ne? Benutzt Sauerstoff, also internen Speicher, um eine Sauerstoffblase um ihn herum zu erzeugen. Dies erlaubt das Atmen in dieser Blase. Wobei wir gar nicht den Sauerstoffverteiler brauchen, sondern, äh, Sauerstoff, äh, wie hieß denn das? Detektor Versiegler. Genau, der Versiegler ist besser. Denke ich mal. Für unsere Sache. Weil, ähm, die Sauerstoffblase würde eigentlich auch schon reichen. Muss ich zugeben. Aber, ähm, wir wollen ja keine, haben wir echt kein Ding ins Meer? Na gut, dann, äh, also wir brauchen einen. Basiswafer, toll. Wir brauchen einen Basiswafer mit einem Diamanten, äh, Lilithium, Redstone und eine Redstone Fackel. Äh, Redstone. Einmal fackeln. Äh, Redstone selber. Die, ja. Diamanten, zwei Stück. Lilithium, Lilithium, da haben wir es. Eins, zwei, drei, vier. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Also, Schaltkreis, Fabrikato, ne, Redstone ist noch ein bisschen was drin. Äh, Redstone Fackeln hier rein. Diamant hier rein. Lilithium hier rein. So. Dann kann der schon mal, äh, loslegen. Äh, und ich würde sagen, wir legen in der nächsten Folge weiter los. Machen erst mal Pause. Leute, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.